Willkommen! Es macht mir Freude, mit Ihnen die deutsche Sprache zu üben. In diesem Video können Sie die fehlenden Vokale in einem Wort vervollständigen. Ich hoffe du magst es! Mächtigen Hörte Er gibt Eindeutig Vergibt Wird Hast Kunst Kunst Dunkeln Klaus Ausdenken Brief Zeit Nächsten Mengen Klaus 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 Ritual Irak Argument Juwelen Kindis Finden Zukünftigen Sekunde Briefe Englisch Diejenige Verkaufst Wunsch Festgehalten Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, die deutsche Sprache zu üben. Bis bald!